Die Mannschaft des Kreisverbandes Mettmann ist zur Kür angetreten. Die Mannschaft des Kreisverbandes Mettler 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 Aber heute kommen wir nicht dran vorbei und hier kommt die Zehn. Ihr habt sie euch verdient. Und somit kommen wir auf 97,5 Prozent. Und das ist der Siegepreis des Handwerks gegeben vom Stadtmagazin Bad Aachen für den Kreisverband Mettmann. Und meine Damen und Herren, Sie haben es auch so gesehen wie die Jury. Nur wenn es gut ist, müssen Sie auch mal die Noten raushauen. Aber 93,3 Prozent ist ein tolles Ergebnis von Ihnen, meine Damen und Herren, für unsere Sieger. Und für den Hattrick. 2018 gewonnen, 2019 gewonnen, 2020 hatten wir leider keinen Schiu. Und 2021 heißt der Sieger wiederum der Kreisverband Mettmann. Mettmann! Oppan Gangnam Style Gangnam Style Mettmann! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017